Also heute ist der 30.06. Mal gucken, wann's hochkommt. Ja. Das ist aber schnell, Leute. Oh, ne Bakterie rum ist das. Am besten noch das Jahr dazu sagen, 2013. Ja, ich mach mal eben TNT, ne? Fick dich. Ach, du hast schon alles terraformt. Da unten ein bisschen so. Ah, ich bin da. Minimal. Okay, das bedeutet, ich brauche nur ne Schaufel. Hier. Das bedeutet, ich brauche nur ne Schaufel. Wo bist du? Da im Wasser liegt sie. Wo? Da. Hier unten, da unten, da wo Wasser ist. Hier ist immer ein Wasser. Hast du sie? Weißt du, was ist. Du hast sie. Ja. Oh. Oh, ja. Nein, du. Nein, du. Lass mal, muss ich das kurz abratzen. Oh. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Die ist weg. Die Mauer muss weg. Ich komm die ganze Zeit auf Optifine. Die Mauer muss hin. Die Mauer muss hin. Ja, da muss ja eine Mauer hin. Ja, ich baue da gerade eine Mauer hin. Tu das. Wo ist denn hier noch ein Loch? Toll. Nirgendwo. Ich muss das kurz abratzen, damit ich das ein bisschen... Bis durch. Wo kommt Glas hin? Sandkiste? Ähm, in die Sandkiste. Okay, mal gucken, wie lange es dauert, bis ich es erfinde. Das ist neben der Schiene. Ja, ich hab's jetzt schon. Alter. Neben der Schiene. Okay, das wird schwer sein. Aber es wird funktionieren. Das scheiß Ding. Verdammte Scheiße, es funktioniert. Ich bin ein verdammtes Genie. Genius. Oh, ich hab's geschafft. Genius. Ja, ich hab's geschafft. What the fuck? Ich werde jetzt den Wasser-Dings erstmal formen. Den Wasserstrahl. Wasserstrahl erstmal formen. Oh, jetzt ist es auf der Seite so krüppelig. Ups. So, jetzt kann ich euch abschießen mit Pfeil. Ich hab aber nur fünf. Nein, ich hab ihn noch früppeliger gemacht. Ich kann euch vom Himmel schießen. Lol, ein Skeletters brennt mit dem Bogen in der Hand. Alter. 10.000 Nachrichten bekommen. Ja, hab ich auch eben erstmal gerade so, bei Skypen im Hintergrund, hab ich das ja noch auf. Immer seh ich da so, eine Nachricht von dem, dem, dem. Ich so, okay. Du bist beliebt. Also, wenn ich aufnehme, bin ich beliebter, als wenn ich nicht aufnehme. Das ist immer so. Und da wollen auch viel mehr Leute was von mir im Moment. Ja, ist klar. Ich mein, die nehmen auf. Ja. Die wollen sich irgendwie mit deiner Aufnahme schleichen. Hey. Obwohl die es noch nicht mal wissen, dass wir aufnehmen. Ja, aber die wollen es trotzdem, die haben es im Urin. Ja. Im Urin. Ich hab's auch im Urin. Im Urin. Ich hab Hämorrhoiden. Nein. Oh mein Gott. Wie kommst du jetzt darauf von Urin? Keine Ahnung. Urin. Hämorrhoide. Keine Ahnung. Urin. Hämorrhoi. Ja, wegen dem I. Wegen dem I. Genau wie das I in Jessica. Also, wenn ich meinen Namen sage, dann sagen auch viele, ah, wie, wie, wie Hämorrhoiden. Ja. Ein I wie Hämorrhoiden. Macht Sinn. Ja. Nein, nein, nein. Das kann ich mir gut mehr vorstellen. Hä? Merken, vorstellen. Lol. What the fuck? Butterfuck. Butterfuck. Butterfuck, du. Lol. Wollen wir dazu irgendwie noch einen Bach machen, der irgendwie da vorne zu uns hierhin führt? In diesen kleinen Minisee hier. Was für einen kleinen Minisee? Der hier. Wo Pfeif's gerade ist? Ich bin nur so ein Tier, das gerade an der Wasserstelle ist und trinken will. Ach, den Minisee. Okay, Moment. Den Minisee hab ich gerade künstlich erzeugt. Und dann wird er getötet. Nein, du wirst getötet. Und wie viele Herzen hab ich dir abgezogen? Ein halbes. Und ich dir. Und jetzt? Ein ganzes. Oh. Unterm Baum hast du keinen Schutz. Ich treff dich nicht. Ich dich auch nicht. Lol. Kann ich nicht töten? That's cool. Cool. Wieso kann ich... Ah. Wieso kann ich... Ah, ich kann's. Wenn wir das wissen, warum du ahnen kannst. Oh, jetzt ist an meinem Arbeitsplatz und Achmed. Achmed, ich töte dich. Nie, Achmed. Nie. Ich hab noch einen Pfeil und der ist für dich bestimmt. Ja? Bitte in meinen Hintern. Mein Gott. Warte. Lass feiern mir in meinen Hintern. Ah, da vorne. Ich drehe mich um, nun bück mich. Ja, los. Und. So. Oh, danke. Er steckt in meinem Fuß. Bei mir stecken... Oder immer. Bei dir stecken mehrere Pfeile. Einer im Rücken, einer im Fuß, einer in der Hand sogar. Ja, so ist das Leben. Als Frau. Da hat man sich immer Sachen in sich stecken. Rücken und so. Okay. Cody. Bitte. Hallo. Hallo. So, wohin wird das jetzt führen? Ich bin mir nicht sicher. Wolltest du das nicht da zu dieser Wasserstelle da machen? Ja, das könnten wir machen, wenn das knuffig aussehen würde, aber ich bin mir nicht sicher. Bestimmt. Okay, dann lasst mich hier schön arbeiten und ihr macht, was ihr wollt. Ja, mach ich schon. Oh, was macht ihr denn? Was macht er denn? Ich mach dir ja nix. Deine Festplatte. Ja, was mit der? Wie steht die? Äh, Zahl ist noch rot und Festplattenspeicher ist 180 Gigabyte noch. Okay. Ja. Nicht, dass wir gleich einfach wieder weg sind. Nein. Ich glaub, wir haben gleich 40 Parts oder so. Boah. Ja. Krass. Das wird lustig. Das wird lang. Hab ich fürs nächste Jahr schon fertig oder so. Ja. Nein, Schatz. Anstatt so Happy New Year oder so zu sagen. Erstmal so über einen Monat aufgenommen schon. Ja, locker. Ich mach ja immer montags, mittwochs und freitags. Oh ja, dann sowieso. Ja, wie bis die Woche. Warum nicht immer, jeden Tag? Jeden Tag kommt was anderes. Also ungefähr... Nur Minecraft kommt immer Montag, Mittwoch und Dings. Ungefähr zwölf Parts im Monat oder was. Ja. Kann sein. Zah. Und währenddessen kommen wir ja jeden Tag noch in andere Sachen. Erstmal geht ja jetzt Bioshock zu Ende. Und dann kommt Need for Speed. Und dann kommt Super Mario Dings. Hab ich alles schon oben. Das ist, wenn ihr das hier alles seht, schon längst da. Ihr könnt es euch angucken, wenn ihr wollt. Ja. Ja, wenn ich in dieser Folge hier rauskomme, dann ist wahrscheinlich schon alles vorbei. Also heute ist der 30.06. Mal gucken, wann es hochkommt. Ja. Das ist aber schnell, Leute. Oh, dann packt der da rum. Am besten noch das Jahr dazu sagen. 2013. Übertreib mal. Übertreiben nicht. Wir sagen nur die Wahrheit. Okay. Ist doch wirklich 2013, hallo. Ja, ich weiß. Ich meine ja nur, als ob das jetzt fünf Jahre später rauskommt oder so. Kann sein. Ja. Genau. Ich warte jetzt mit diesem Part. Ich lade alles hoch, außer diesem Part, wo ich das gesagt habe. Oder ihr. Ja, der kommt erst in fünf Jahren hoch. Oh, das Schaf ist aber sehr eingequetscht. Ich glaube, ich sollte es erlösen. Warte, das erlöse ich jetzt. Ich hab's gesehen. Ich hab's getötet. Oh, ich hab's gesehen. War es zwischen deinen Eiern eingequetscht? Ja, zwischen meinen Eiern. Oh. Soll ich dir ein bisschen helfen mit dem Wasser? Ähm, nee, ich muss hier alles erstmal ein bisschen... Ich kann nämlich Static Water um Water fallen. Okay, dann. Nein, machst du nicht. Oh, Mann. Ich will das alles alleine machen. Boah. Okay, boah, Schlampe. Viel Spaß. Danke schön. Voll libistisch, ey. Aber ich bräuchte Fackeln. Nö. Nö. Du machst alles alleine. Ja. 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 Vielen Dank.